Hallo, da bin ich wieder, Mafia Silver. Diesmal hier ist der vierte Teil des Nemesis Pakets. Diesmal spielen wir auf Showtime. Hier ist es so, wie meine Feldbefehl erfüllt. Wir werden da in diesen Häusern, in diesem Haus, mit etwas roten in der Mitte. Was ihr da seht, wird da so ein Fenster geöffnet, wo sich ein... Wer ist das? Ein Geschütz befindet. Was war das denn? Eine Ansammlung habe ich noch nie gesehen. Ein Vortrag, natürlich auch Vortrag. Oh mein Gott. 3 Gramm, Alter. fonctionne auf jeden Fall. Ach, das ist unser. Nein. Das ist nur 2enkaufel. Aber das located auch ein bisschen gesucht. Wenn du mir malujemy hast... Was ist das hier? Ach, hat es ein Stahl? Eine Art Arena, Paintball oder was? Jawohl, Slot Machine. Jetzt könnt ihr es mit eigenen Augen sehen. Da. Bam-bam-bam... Bam-bam! Und solche Dinger. Oh mein Gott! Nochmals Slot Machine. Ja, schön, das ist richtig. Ich weiß nicht gleich, ja. Mark war zwei geschossen. Naja. Feindlicher... Oh nein. Okay, das ist der Haken da in der Sache. Ich glaube, ich bin... Oh nee. Ich leck doch nicht, Mann. Oh, das Lack-Machiner. Das Lack-Machiner, Mann. Das Lack-Machiner, Mann. I want to fight. Solche fliegenden Motherfuckers macht ihr ziemlich schnell fertig, wenn ihr Panzerbrechende Munition dabei habt. Und Kaffling zerstört. Verschneidet das. Okay. Ah, du kleiner Pusser. Fahrzeug drin. Ach, ey, das leckt hier wieder, ne? Das war... Kein Spaß, du wolltest. Was? Ach so. Oh. Gas. Gas. Und das? Nein. Ich hab kein Gas gesehen. Hm. Tja, so viel Leute. Das war der vierte Teil. Dann sehen wir uns das nächste Mal. Für irgendwas werde ich schon wieder aufrufen. Und viel Spaß dann noch auf meinem Kanal. Ich hoffe, die Bier sind nicht zu schlecht für euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. You. Wooow' Wooow. Beat.